TopAgrar Systemvergleich 3-Class Arion im Vergleichstest Wir haben Mitte September und wir sind in Nordwalde, das ist im Münsterland Hinter mir drei Glas Traktoren für unseren neuen Systemvergleich Wir wollten uns mal die Frage stellen, welcher Trecker für welche Arbeit am besten passt Zusammen mit Glas haben wir deshalb drei Traktoren konfiguriert Alle Traktoren haben 145 PS Es handelt sich um einen Arion 400, einen Arion 500 und einen Arion 600 Also einen kompakten Schlepper, einen Vierzylinder und einen Sechszylinder Wir haben hier schon Mais geerntet, also gedroschen Es ist ziemlich früh durch die Trockenheit in diesem Jahr Wir werden hier einen Mulcher einsetzen Außerdem eine Scheibenegge Rubin von Lemken Außerdem, wie immer, werden wir unsere Straßentransporte fahren Hier interessierten uns vor allem die Unterschiede hinsichtlich des Getriebes Also nochmal, wir haben eine sechsstufige Lastschaltung Einmal mit Automatik und ohne Automatik und einen stufenlosen Antrieb Außerdem wollen wir hier sehen, ob es entsprechende Unterschiede in der Rundenzeit gibt Vom Vierzylinder bis zum Sechszylinder, vom leichten Traktor bis zum schweren Traktor Zudem haben wir die Doiler Warendorf gebeten Für uns alle drei Traktoren an die Zapfwellenbremse zu hängen Und dort die Motorcharakteristik zu ermitteln und die Verbräuche Und dort die Motorcharakteristik zu ermitteln, vom leichten Traktor bis zum Schwerenbremse zu schweren Und dort die Motorcharakteristik zu ermitteln, vom leichten Traktor bis zum Schwerenbremse zu schweren Und dort die Motorcharakteristik zu ermitteln, vom leichten Traktor bis zum Schwerenbremse zu schweren